So, gut. Hier ist auch noch ein bisschen Kohle. So. Das man wieder schönes Kohle vorkommen hier. Ganz nach meinem Geschmack. So. So. Irgendwie verliert mich hier gerade die Übersicht, ey. Der Überblick. Ich verliere die Hörsicht, den Überblick. Naja, das ist ja schon mal ich meine. Sind wir von hier oben gekommen? Naja. Äh, ja. So. Was haben wir denn jetzt überhaupt schon alles? Oh, guck mal hier. Zwei Stacks Kohle schon. Golderz, Eisenerz. Das ist ein Sticks Eisenerz. Das gefällt mir schon mal sehr. Ähm, ist das hier drunter holen? Ne. So. So. Komm ich von hier? Sieht so aus, ne? So. Sieht so aus, ne? in so einem komischen Pfeiler aus Obsidian vorbei gerannt. Das ist ja eigentlich das, weshalb wir hier unten sind. Nichts. Nichts weiter. Hm. Hier ist es dunkel. Wow. Ahaha. Lappen. Sind wir noch Freunde hier hinten, oder? Aha. Äh. 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 Ich blick bei den Weltenkimmeln hier nicht mehr durch, ey. Das ist Wahnsinn. So. Jut. Und. Das ist das Geräusch. Klingt ja eklig. Wir wissen du. Ja. Ach der bist du. Ja. Ich fühle mit dir. So. Hier haben wir so nicht alles, okay, ein Lavasee, nach der Umfeld doch gewiss ich gleich was drunter. Was bist du denn, Lena? Ach du Schande. Hm? Hm? Good. Ach das ist doch hier Wahnsinn, ist doch der, meine Güte. Oh. Ich mach die mal da hin, die Fackel und kloppel mal hier ab. So, was ist das hier? Na toll. Da oben ist auf jeden Fall Obsidian, aber wir müssen erstmal hier nicht alles beleuchten. So, ich möchte nicht runterschwimmen. Nein. Keine Lust heute. Hm. Das ist natürlich jetzt hier eine schwierige Sache. Das ist nun gegen das Wasser. Das brauche ich drin, einfach mal das Wasser. Ja. Und lass mich doch mal hier hoch. Menschenskinder. So. Ich wollte jetzt ein Screenshot machen, lass mich an Ruhe. Wie hat man denn hier die Außenansicht? Wie war das? Das ist 1,5. Okay. So. Jetzt sind wir hier oben. Okay. Das ist direkt. Was? Ne. So. Dann kommt hier ein Block hin. Sehr gut. Wir brauchen Fackeln. Gehen wir jetzt mal ganz systematisch ran. So. Wie. Ich meine das Problem ist nämlich jetzt folgendes. Wenn ich jetzt hier runter falte, bin ich tot. Mit D. Ja. Also nicht mit D, sondern wirklich die schlimme Form mit D. Okay. Da habe ich jetzt natürlich auch keine Lust drauf. Zu sterben. So. Fackel, Fackel, Fackel. Da. So. So. Ich finde es immer schön, dass Minecraft Schwerkraft resistent ist. Das gefällt mir sehr. Wie. So. Jetzt sollte man hier unten ist ja. Ist da frei? Ne, ist nicht. Das heißt, da kann man dann noch stehen. Dann geht es ja auch noch weiter. So. So. Und da wir jetzt hier mal gerade einigermaßen einen sicheren Stand haben, pass mal auf. So. Und so. Gehe ich mal kurz hier rein und die meine rauchen. Bis gleich. So. Weiter geht's. Da. 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 Geht ganz schön weit runter da. Da. Hat ich hier nicht irgendwo Kohle gesehen? Ja hier. Also ich möchte es ja nicht beschreiben, aber Kohle haben wir dann jetzt erstmal wieder ein bisschen, um irgendwelche Sachen brennen zu können da oben. wobei soweit unten dürften wir hier gar nicht mehr sein, ne? Wo sind wir? Äh. 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 Dann so. Da kann mir von hier oben schon mal nichts auf den Kopf fallen. Nachher. So. Hier ist noch Kohle. So. Du gehst mal weg. Ich möchte hier nicht so nah am Rand laufen. So. Das müssen wir sehen, wie wir hier wieder runterkommen. Obwohl da hinten ist ohne Rad. Dann gehen wir erstmal da ein. Äh. 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 Ne. Das riskiere ich mal nicht. Ich kenne mich ja als... mal zu gut. So. Hier mal weg. Die Deckenhöhe. Soll ja noch was. Soll sich auch lohnen. Und ich habe ja wieder einen Sprachfehler. So. Ähm. So. Wollen wir hier mal wo ich sagen. Eine Fackel hin. Und dann bauen wir uns mal da rüber. So. wieder. Das war riskant. Aber was soll's. Haben wir überhaupt noch Platz im Inventar? So. Die Gelüte, die wir jetzt hier schon wieder abgebaut haben. Ach. Dicke noch. Sehr gut. So. Jetzt müssen wir hier irgendwie wieder runter. Äh. das schaffen wir wohl nicht. die 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 diegen schon mal das nackt das ist nicht stressen ja natürlich jetzt nicht so super hier die stelle so eine kleine arena gibt mir wasser steht da oben einer naja ihr seid doch nervig seid doch ihr guck mal wie klar die sind ja was ist denn jetzt hier sollte mich freuen nein nicht in die labe nicht in die labe nicht in die labe woher kommt ihr denn alle her boah himmel ja gott sacker jetzt machen wir es mal ganz einfach das war nicht so dass ich ja Angst habe aber so jetzt könnt ihr mich machen boah ist ja nicht wahr hier so denn das dauert jetzt ja auch wieder eine ganze weile bis wir hier den obsidien gebaut haben so ok noch eine sicherheitszone man ich war hier so wir sind sie mal jetzt hier was ja jetzt sind noch dass die spinnen reinkommen das ist schon ja da 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 gehen wir erstmal wieder raus weil du bist du so da ist ja auch clever die die so hat nur zwei gekriegt so so und dann machen wir das Ja, dann nehmen wir an der Ecke hier noch. Ja, das Wasser nehmen wir wieder mit. Hier ist noch ein paar Oxidien. Ähm, ja. Und raus hier. Und wir hier noch irgendwie einen Weg rausfinden, weil den Weg habe ich mir jetzt natürlich nicht mehr gemerkt. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja.